Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jawohl. Äh, jo. Düdüdü. Wir kommen mit voller Taschen zurück. Ähm, ja. Und kümmern uns gleich wieder um unseren Laden. Ne? Da werden wir da eins hergeben, glaube ich. Mh. So. Zweige haben wir diesmal nicht so viel. Da haben wir nur zwei. Äh, von dem... Von dem Gelee. Das ist Verkaufsschlag oder was, ne? Da ist ein Pfeil nach oben. Mh. Darf man das da mehr verlangen? Ich probiere es einfach mal. So. Ich geh mal drauf. Was haben wir da noch Schönes? Ähm. Ich glaub, das können wir mitnehmen. Dieses Laubdingens da, das wir gut auch mal verkaufen. Dieses Zeug hier. Ob das was wert ist. Werden wir sehen. Ähm. Okay. Ja. Achso, der haben wir eh vom Chiles. Stimmt. Ja, so Mischte passen, ne? Ähm. Die kann man noch kombinieren. So. Haben wir alles. Ich glaub, das schaut nicht so schlecht aus. Ähm. So. Dann würd ich sagen, wir machen wieder auf, ne? Also. Nur hereinspaziert in die gute Stube, meine Damen und Herren. Bitte labern Sie sich an meinen exquisiten und seltenen Waren. Oder auch nicht. So. Der Guten. Hoppala. Der Guten ist das zu teuer. Auf jeden Fall wundert mich jetzt echt stark. So. 150. Ähm. Ah. Was? Das ist auch zu teuer? Hör auf. Das ist ja super Sache. Ähm. Scheinbar passt das gerade so mit 8. Ah. Hat jemand was genommen? Jawohl. Und der zweite. Danke. 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 Okay. Okay. Ja. Ich hab schon verstanden. 8 ist gut. Und hier werden wir 100 machen. Ist okay. Hab ich mir gemerkt. So. Gut. Mann, Mann, Mann. So. Was nehmen wir noch? Ähm. Hm. Da brauchen wir einen Preis. Ich mach's mal sehr teuer. Dankeschön. So. Was haben wir hier noch? So. Ja. Der Held findet nichts, was er brauchen kann. Oder wie? Zwei Helden haben wir schon da. Ja. 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 Vielleicht hätten wir die Tränke verkaufen sollen. Danke. Vielleicht ist das sowas, was die brauchen könnten. Ich probier's jetzt einfach mal. Ich probier's jetzt einfach mal. Sie verlangt 400, ne? Vielleicht sollten wir 300 verlangen. Schauen wir mal. Aha. Der Held scheint interessiert. Er scheint sehr interessiert. Und? Und? Wird es fruchten? Wird er sich das schnappen? Nein. Das ist ihm zu teuer. Nein. 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 Müssen wir ein bisschen billiger werden. Vielleicht nur 200. Komm nochmal zurück, Freund. Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir beleidigt. Oh. So. Und? Und? Auch nicht. Das ist zu teuer. Ja. War auch ein viel zu hohes Gebot. Ich weiß es eher. Aber man muss es probieren. Ähm. Was ich dafür verlangen soll, weiß ich auch nicht. Fangen wir wieder sehr überteuert an. Werden wir gleich sehen. Ja. Danke. Okay. Das ist auch zu teuer. Tak, 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 tak. Vielleicht 300. Und, äh, was verkaufen wir als nächstes? Überzeugt das da. So. Und? Ja, die eine ist verliebt. Der andere leider nicht. Gerne. Okay, das ist jetzt noch zu teuer. Dann werden wir sagen. Hoppala. Äh, 300. Dann würde ich sagen. Verkaufen wir mal. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Ich habe auch keine Ahnung, was ich dafür verlangen soll. Ich würde... Nein. So. Ich werde auch vielleicht einfach mal mit 500 beginnen. Ah, da geht noch was. Und dann verkaufen wir... Bitteschön. Bitteschön. Servus. Ja. 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 Bitteschön. Ja. Das war noch zu teuer. Dankeschön. Servus. Ja. Tschüssi. Das war noch zu teuer. Ja. Da haben wir viel. Da haben wir viel. So. Oh, oh. Nein, das ist schon Schluss. Ich hoffe, der nimmt das. Ja. Dankeschön. Ich glaube, das war heute sehr lukrativ. Und? Wow. 3.480 Goldmünzen haben wir heute verdient. Super. Das ist schön. Danke. So. Was platzieren wir? Blablabbl. Ich würde sagen, den da. So. Wurscht. Den Rest hauen wir natürlich gleich weg. So. Zack. Zack. So, den muss ich aufbehalten. Der kommt in den anderen. In die Abteilung wichtiger. Ah. Ah, da haben wir schon drei. Wurscht. Dusch. So, wir gehen jetzt wieder Tränke braun lassen. La la la. Vielleicht hätte ich auch diese kaputten Schwerter nicht verkaufen sollen, sondern sie beim Schmied vielleicht reparieren und sie als bessere Schwerter weiter. Wenn wir noch mal eins erwischen, probieren wir das, okay? Also Verzauberungen hätte ich gerne mal. Da würde ich mich gerne mal umschauen. Was wäre es denn? Wer Tausender? Ähm, der Besen, der wäre super, hm? Ich probiere den aus. Ich möchte gerne wissen, ob es erst 47 sind oder 27. Okay, ähm, bitte ja. Ja. 27 sind es nur. Okay. Muss ich mir merken für nächstes Mal. Hm. Gut. Dann noch, genau, die Tränke. Vier Stück, bitte. Ja, wobei, weißt du was? Machen wir gleich mehr, weil, da können wir sie nämlich super toll bei den Helden verkaufen, ne? Also, wenn ein Held kommen tut, das meine ich. Okay, dann gebe ich das noch ganz fix in den Laden. Ähm. Na. So. So. Passt. Dann. Brauchen wir das noch. So. Passt. Und wir können schon wieder abhauen. Jetzt wollte ich nur noch einschauen. Das Bettchen. Ist das zum Speichern gedacht? Oder ist eventuell Tag, ne? Das will ich aus, wenn wir den Dungeon geschafft haben. Ein weiteres Mal. So. Dann luken wir mal. Hm. Ach, was so ist. Ich war gerade am überlegen, ob ich noch schnell mal zum Schmied laufen hätte sollen. Und, äh, diesen Eisenhelm da hätte holen sollen für mehr Leben. Wäre besser. Wäre gar nicht so schlecht gewesen, ne? Einmal machen wir noch den Dungeon so. Und dann morgen machen wir das. Also, nächsten Morgen. Nächsten Tag. Tada. Da sind wir schon wieder. La, la, la. Aha, da haben wir schon was zum Heilen gefunden. Das brauchen wir noch nicht. So. Au. Au. Alter. Bitte nicht. Nicht. Ach, fuck. Schade. Das eine Ding ist weg. Super. Ach, ne. Ich will noch nicht heilen. La, 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 la. So. Jawohl. Zack, zack. Wow, der hat gesessen. Passt. Sehr gut. Okay. Au. So. Passt. Ich bin jetzt etwas zu ungestimmt gewesen. Das war nicht so schlau. Ähm, zack. Und zack. Deswegen würde ich sie wirklich reparieren. Vielleicht klappt es ja. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Zack. Au. So. Sehr gut. Passt. Da hat nichts. Da geht es weiter. Okay. Ich glaube, dieser kleine Schleimtropfen ist nicht das Ficht, das ich vorhin gemeint habe. Das ist Schleimmonster, das große. Das sind einfach nur... Jetzt sind hier die Spinnen, ne. Die sind einfach da. Au. Wisst ihr. Au. Verrecke. So. Geht ja. Passt. Das geht jetzt richtig gut. Freut mich. Und was haben wir da drin? Wieder dieses Gefäß. Und Stoff. Dann watscheln wir weiter. Gut, den haben wir auch schon. Au. Der ist auch erledigt. Der ist auch erledigt. Und der ist auch gleich erledigt. Passt. Schön. Läuft. Aber ich fürchte, ich bin schwöre angeschlagen. Einen Sauf machen. Passt. So. Ich glaube, dieses Schwerter kann man nicht wirklich... ...ähm... ...reparieren, glaube ich. Das ist einfach... ...einfach so zum... ...zum Handeln, glaube ich. So, was haben wir da? Schleimis. Viel Schleimis. Au. So. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Dann können wir hier abhauen. Hoppala. So. Und hier lang noch. Passt. Sehr gut. Die haben wir sauber hingekriegt. Wirklich. Die waren sauber. Dann geht's hier noch weiter. Aha. Da haben wir da so ein Bücherlein. Heute habe ich zum ersten Mal dieses mysteriösten Dungeon betreten. Sie wurden nicht... Ach so, das haben wir auch schon gelesen. Passt. Passt. Dann können wir wieder zurück. Jetzt möchte ich das echt gerne probieren. Ich glaube, der war da oben, ne? Das ist ein... Das Betreten des anderen Dungeons. War, glaube ich, da oben, oder? Hoffe ich. Ja. Also, das andere Taschen ist falsch. Die nächste Etage halt, ne? Also, die Ebene. So. So. Zack. Zack. Ah, verreckt's. Unglaublich. So. Wir sind ziemlich angeschlagen. Ich sauf mal was. Aha, da geht's zum Wald. Aber da kommt jemand wieder zurück, glaube ich, ne? Oh, der ist erledigt. Zack, zack, zack. Bin grad ein bisschen konzentriert. So. Passt. Irgendwie verzieht sich das so komisch grad. Aha. Boah, boah, boah. Ich hab' nicht aufpasst. Ich hab' nicht aufpasst, dich blöde Kuh. Ah, scheiße. Bin ich jetzt wieder der Ersten? Wahrscheinlich, ne? Ja. Natürlich. Aha. Okay. Das war natürlich nicht gut. Ich hab' nicht aufgepasst. Sehr schlecht. Sehr dumm von mir. Sehr dumm von mir. So, also mehr aufpassen. Au. Wirschtelstierer. Echt unglaublich. So, da weiter. Au. So, den haben wir schon mal. Aha. Hä? Wie komm' ich da jetzt weiter? Hier? Hm. Hm. Ähm. Ah. Hier, da hat was getroppt. Fast erledigt. Mhm. Was haben wir da jetzt bekommen? Das ist Wasserlampe. Achso, die hatten wir schon. Oh, da bröckelt's. Ihr kleinen Bastare. So. Was haben wir denn hier? Ich werde ich wieder bald fragen, wenn ich nicht aufpassen. So. Dann geht's hier weiter. Aha. Mysteriösen Dungeon. Das hatten wir schon. Dann müssen wir da zurück. So. Jetzt kämpfe ich wieder voll schlecht, ey. So. Dann schauen wir da oben rein. Okay. Okay. Passt. Passt. Lief doch gut. Schön. Ist da drüben was? Oh, tatsächlich. Schön. Was haben wir denn da? Diese Runen, dieses, diese Runenwerkzeuge und Golemmeißel sind echt schwer zu finden. Der alte Inhaber des Moonlighter meinte, man könne sie nur in Goldkisten finden. Na, danke. Oh, danke. Oh, schön. Das nehmen wir gerne an. Passt. La, 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 la. Alter. So. Geht schon. Hau drauf. Passt. Super. Oh, da ist schon wieder was Neues. Was haben wir denn? Also, es hat uns ja ausgeschaut, weil die beiden aufeinander waren. Also, nebeneinander. Ich dachte, das wäre schon ein besonderes Ding wieder. Alter. So. Du noch. Au. Zu weit nach vorne. Das war zu weit nach vorne. Aha. Nächste Abteilung. Okay. Probieren wir es nochmal. Au. Alter. Das geht da durch? Das ist aber unfair. Alter. So, der wäre mal erledigt. Du bist auch gleich fertig. Du bist Fisch. Halt. Nicht. Richtige Richtung drehen. Ja, super. So. Mann, ey. So, jetzt ist er wohl hin. Du bist Fisch. So. Was haben wir denn hier? Äh, ja. Das ist das tolle Erz. Was ist denn das? Fragezeichen. Okay. Das weiß keiner. Aha. Bleib verborgen, während du in dem Dungeon bist. Wir sind eigentlich voll. Sehe ich auch gerade. Wir hätten gar keinen Platz mehr. Ich glaube, wir können getrost abhauen. Da bin ich jetzt echt gespannt, was das wäre. Oder ist. Ich glaube, das machen wir auch. Schauen wir uns das mal an. Blub. Bitte zur Stadt, ja. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Blub. So. Was haben wir da jetzt bekommen? Nix. Ist das jetzt weg? Schaut weg aus. Vielleicht hätte ich das einlösen müssen irgendwo. Hm. Okay. Naja, das ist jetzt auch zu spät, ne? Schön. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal pennen, ne? Ja. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte schlafen gehen. So. Zack. Tatsächlich, der speichert. Aber es gibt dafür einen anderen... Es wird wahrscheinlich der nächste Tag dann dafür auch... Aber geht. Ist gut. Okay. Ähm. Ich glaube, wir können wieder den Laden eröffnen. Ähm. Wollten wir schauen. Gelee. Haben wir jetzt gar kein. Schön. Wir haben dann somit nur zwei Tränke. Mit dem müssen wir halt klarkommen. Hm. Mal schauen, ob wir dann noch was... Mitnehmen können. Ich glaube, so passt's. Ja. Gut. Dann gehen wir's an. Nur hereinspaziert in die gute Stube. Meine Dame, mein Herr, bitte. Wir haben nur die feinste Ware. Ja. Er ist schon... Er sieht schon noch was an. Ja. Es gefällt ihm sehr gut. Jawoll. Jetzt läuft's. Gerne. Aber sehr gerne. So. Was haben wir noch? Ähm. Was könnten wir geben? Sowas hatten wir noch nicht, ne? Ist halt auch recht. Hoppala. Na. Achso. Das war das mit Gold, genau. Ähm. So. Jetzt hab ich's. Brüllen wir's, ob das, äh, so teuer verkaufbar ist. Mal schauen. Und? Nein. Hab ich schon gedacht. Na. So. Brüllen wir's mal. Ja. Sehr, sehr gut. Danke. Und? Nein. Zu teuer. Okay. Oh, ich kann noch was, ähm, verkaufen. Äh. Das hatten die Schlangen immer, ne? Ja. Da freut sich wer. Supi. Servus. Danke. Die Omi wieder. Ich will das aber haben. Verkauf das auch nicht so teuer, du Arschloch. Jawohl. Dann eben das. Dann machen wir's ihm noch billiger. Ähm. Warte. Was können wir noch verkaufen? So. Äh. Das zum Beispiel. Wow. Das gefällt dir. Boah. Ich will das haben. Unbedingt. Dankeschön. Wow. Und der mag's auch. Okay. Der ist auch happy. Super, danke. Der Nächste ist glücklich. Voll cool. Die Birne. So. Wie müssen wir da nachlegen? Hm. Blütenblätter. Blütenblätter. Ein Blütenblatt von verschiedenen Pflanzen aus den Dungeons, das mir irgendwie ästhetisch erschien. Ah. Ah. Schauen wir mal, ob das vielleicht 500 wert ist. Hä? Sehen wir gleich. So. Das wäre cool, wenn so ein Held kommen würde. Das hätte man sehen können, ob das mit dem Heiltrank passt. Ja. Ja. Gerne. Oh, sie ist traurig. Aber sie nimmt es trotzdem. Cool. Oder er ist traurig. So. Jetzt sieh. Hoppala. Aber es könnte auch eine Frau mit dem Frauenbart sein. Also sieh. Die können wir auch loswerden. So. Bitteschön. Und? Oh, da ist sie zornig. Oi. Oi. Oi, da ist sie zornig. Ich glaube, da können wir gleich mal 300 runtergehen. Also 200 runter, so. Auf 300. So. So. Ja, das mag sie. Danke. Yeah. Oh, da ist er nochmal sauer. Gerne. So. Das können wir noch hergeben. Das wieder mal. So was. So. Und? Nein. Das ist alles zu teuer. Das mögen sie nicht. Vielleicht ist mit 100 besser. Ja. Jawohl. Ich glaube, heute war nicht so viel. Aber nicht schlecht. Ja. Fast knappe 3000. Das passt auch. Sind wir zufrieden. Was können wir noch? Für morgen. Ja. Das geht. So. Den Rest verkramen wir wieder. So. So. Passt. Gut. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir uns jetzt da. Ich hoffe, wir haben genug Material. Hallo. Äh. Äh. Ah, da gibt es noch mehr. Das habe ich gar nicht gesehen. Hoppala. Aber halt nicht unbedingt leistbar, ne? Mit ein bisschen Glück können wir uns den da kaufen. Schaut gut aus. 4000 kostet 6700 und 6. Hau mal. Können wir kaufen. Ja, bitte. Katsching. Daumen hergestellt. Sehr gut. Und? Das heißt, wir können das auch gleich anziehen. Ja. Super. Ha. Jetzt haben wir schon wieder einen besseren Schutz. Also, mein Leben halt. Schutz ist falsch. Mein Leben haben wir. So. Tränke kann ich mir jetzt, glaube ich, sparen. Da haben wir halt nur die beiden. Ja, passt. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Und im nächsten geht es weiter. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.